Hallo zusammen, hier ist wieder euer Rigman. Ich bin zurück mit einem neuen Video und es ist das erste PSA-Reveal-Video aus unseren Group Submissions und das sind die ersten Rückläufer in Sachen Super Express und Express vom 31. März. Und dann schauen wir uns mal an, was dabei rumgekommen ist. Wir fangen an mit Chris. Chris hat eine Karte eingereicht und es war das Jalen Green. Donruss Signature Holo Laser und this one got a 10. Die hat eine 10 bekommen. Und wir machen weiter mit dem Emre. Emre hat eingereicht. Cristiano Ronaldo auf 25 aus der Road to Qatar Donruss Box mit dem Optic Black Velocity und auch die hat eine 10. Glückwunsch dazu. Beides sehr sicke Karten. Und dann kommen wir zum Torben. Und Torben hat drei Karten eingereicht. Unter anderem diese ist Steph Curry. Und es ist die Black & Gold aus Donruss Choice. Er hat ja vorher schon selbst gesagt, er hat mit dem Fingernagel leider beim Saubermachen hinten mit dem Fingernagel reingedrückt in die Karte und deshalb gab es leider nur eine 7. Er hat ja wahrscheinlich eher auch mit einer 6 gerechnet. Trotzdem natürlich eine Ultra sicke Karte auf 8 das Ganze. Und dann machen wir weiter mit der nächsten Steph Curry. Und gleiches Set ist die One of One. Auch bei mir im Break gezogen. Und die hat eine 9 bekommen. Super sicke Karte. Wahnsinn. Top great. Und dann machen wir weiter mit der letzten Karte von Torben und auch der letzten Karte von diesem Video. Und ebenfalls Donalds Choice. Black & Gold Choice auf 8. LeBron James. Und hier gibt es nochmal eine 10. Glückwunsch euch dreien. Und die Karten sind dann, wenn das Video veröffentlicht wird, schon bei euch, damit ihr selbst auspacken könnt und nicht vorher gespoilert werdet. Und ansonsten, alle zwei Wochen werden Karten zu PSA geschickt. Schaut gerne auf rigmanbreaks.de vorbei, wenn ihr da selbst noch mitmachen wollt. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Rigman. Rips. Bis dahin, euer Markt. Bis dahin, ich sch Elik. Untertitelung des ZDF, 2020